Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir. Es liegt an mir. Es liegt an uns. Es braucht Mut. Es braucht neue Wege. Es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben. Lieber Maik, danke, dass du heute da bist. Wir haben uns ein bisschen vorgenommen, jetzt regelmäßig zu treffen, um einzelne Themen ein bisschen durch zu besprechen, die uns beide Spaß machen und interessieren. Heute Holzelement, passend zum Frühling. Und du kommst mit dem ersten Zitat, das an dich herangetragen wurde. Bitte. Ja, vielen Dank einmal für die Einladung. Frühlingszeit. Es ist sehr heiß heute. Wir erleben gerade einen Turbo-Frühling. Und ich bin gleich offen und direkt, weil das ist eine Problemstellung, die ich in meiner Praxis total oft serviert bekomme. Leute kommen zu mir und die sind ganz lieb. Die waren vorher bei einer TCM-Ärztin oder bei einem TCM-Arzt. Und sehr häufige Diagnose ist dann ja Leber-G-Stagnation. Dann bekommen Sie die Diagnose Leber-G-Stagnation. Dann nehmen Sie, meistens nehmen Sie dann brav Ihre Kräuter diesbezüglich. Und ab und an sind dann immer wieder Leute dabei, die sagen, ja, aber dann habe ich mich auch noch westlich untersuchen lassen. Und bei der westlichen Untersuchung ist herausgekommen, meine Leber-Werte sind total in Ordnung. Was stimmt jetzt eigentlich? Aus der TCM-Richtung höre ich, ich habe eine Leber-G-Stagnation, westlich ist alles in Ordnung. Was soll ich jetzt machen? Mit der Frage kommen Sie dann zu mir. Erst will ich die Frage beantworten und nachher möchte ich was Wichtiges sagen, dass ich es nicht vergesse, das erinnere mich dran. Genau. Gehen wir auf die Frage ein. Die Professor Kopiener, 85er-Regel-Condant der TCM, hat das mal ziemlich klar auf den Punkt gebracht, auch in einem Gespräch. Sie hat gesagt, Schulmedizin behandelt Befunde und wir TCMler behandeln und befinden, was schon mal echt eine verschiedene Geschichte ist. Also ich finde den Satz brillant, treffend auch auf diese ganzen diagnostisch und therapeutischen Zugänge. Aber natürlich, wir wissen beide, wenn ein TCMler von der Leber spricht, hat es mit dem schulmedizinischen Organ der Leber exakt gar nichts zu tun. Insofern sind es einfach komplett verschiedene Zugänge. Jetzt gleich das Wichtige, dass ich das nicht vergesse, dann will ich das. Weil das ist so lange die Gefahr für, oder das ist eine Gefahr, die ich immer im Kopf habe, wenn Menschen zu mir kommen und die haben gewisse Befindlichkeiten und ich diagnostizieren die, dann sollte ich trotzdem die Schulmedizin noch im Hinterkopf haben, dass ich nicht etwas vergesse. Das ist jetzt nicht so unser Thema heute, aber klar findest du mit Zunge, Puls, Befragung irgendwelche energetischen Befindlichkeiten daraus, wie eine Leber-G-Stagnition, wie feuchte Hitze. Die können wir auch therapieren, das Befinden. Aber was steckt noch alles dahinter in einem anderen Konzept? Also da versuche ich immer mitzuscreenen gedanklich. Also das ist Teil meiner Übung sozusagen in der Praxis, da noch dran zu denken. Obwohl die meisten Menschen, wie du sagst, kommen schulmedizinisch eh gut diagnostiziert und therapiert zu uns und dann können wir das TCM als Add-on machen so ungefähr. Aber das habe ich immer wieder im Hinterkopf, wenn ich nur als TCM-Mensch arbeite. Sonst ist es natürlich ein gutes Thema mit der Leber-T-Stagnation, wo wir natürlich, wo du, ich glaube in der Vorbereitungsgespräche, wir haben da eh ähnliche und doch unterschiedliche Schwerpunkte. Also als TCM-Mensch hat man ja, das ist relativ schubladenmäßig, verschiedene Kategorien, in die man reindenkt, was das Holzelement angeht, Leber-T-Stagnation, feuchte Hitze, Jahrenmangel wird man seltener haben, Blutmangel, Blutstagnation, die wir feststellen können mit Zunge, Puls, Befragung. Im Schiazu ist es ein bisschen anders, wie ich denke, weil du einfach mehr mit den Händen wahrscheinlich wahrnimmst und andere Muster, Befindlichkeiten, Dysbalance wahrnimmst. Ja. Meine Frage wäre, wenn ein Mensch zu dir kommt und sagt, er hat jetzt eine Leber-Geschichte, außer dass du denkst, okay, ich kenne mich schon aus, was, wie, wie diagnostiziert, also wo schaust du nach? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Man muss dazu sagen, Scherze ist eigentlich ein relativ junges System, hat die Wurzeln, oder es gibt Einflüsse aus der traditionellen chinesischen Medizin, es gibt Einflüsse aus der japanischen Volksmedizin, aber das System ist keine hundert Jahre alt. Und es ist ein sehr reduziertes System, vielleicht, weil es, ja, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich keine Schubladen ziehe oder Klischees bediene, aber ich glaube schon, die Kunst in Japan besteht, Dinge zu reduzieren und auf den Punkt zu bringen. Das heißt, die Diagnostik in Scherze, ich sage immer dazu, ist mehr ein binäres System, also Null oder Eins. Das heißt, du arbeitest mit den Begriffen Kyo und Shizu, Fülle und Lehre. Und Diagnostik erfolgt hauptsächlich haptisch, anhand des Bauches. Und dann gibt es noch einfache Fragestellungen. Ist die Leber voll oder ist die Leber leer? Ja, das sind die Grundzustände. Aber ich war damit eigentlich nie wirklich zufrieden an sich. Ich war nie zufrieden. Mir hat das System nicht gereicht, um mit den Problemstellungen zurechtzukommen, mit denen die Leute zu mir kommen. Und deswegen habe ich dann probiert, mich mehr an der TCM weiterzubilden. Ein ganz simples Beispiel, zum Beispiel, ich kann eine Bauchdiagnose machen, mache eine klassische Haare-Diagnose und dann habe ich den Zustand Leber-Chizu, Leber voll. Das heißt, die Leber hat eine Fülle an Energie. Und dann ist es relativ interessant, weil es gibt zwei sehr häufige Hintergrundmöglichkeiten. Nummer eins wäre die klassische Leber-Chizu-Stagnation. Also ich sage, eine Fülle von Chi, die sich nicht bewegt, führt zu Stau, führt zu einem Fülle-Chizu-Zustand. Aber sehr oft, und das ist zum Beispiel ein Punkt, deren Scherz überhaupt nicht berücksichtigt wird, kann dieser gefühlte Zustand von einem Leber-Blut-Mangel auch kommen. So mein simples Bild, was ich dann im Unterricht gerne verwende, ist wie folgt. Wenn Holz trocken ist, dann wird es sehr spröde und hart. Und dann mache ich Bauchdiagnose und dann denke ich mir, uh, die Holzzone, die energetische Holzzone, die ist sehr hart und da ist Fülle und da muss ich bewegen und da muss ich das Chi bewegen und da muss ich das System öffnen und freisetzen. Aber wenn das Holz trocken ist, und ich fange das an wie verrückt zu bewegen, das ist so, als würde ich an Türenast anfangen zu bewegen, da ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass er bricht oder dass er splittert. Und da finde ich, ist es wichtig, dass das System Scherz auch lernt, eine genauere Differenzierung vorzunehmen, weil ein trockenes Holz, was in der Diagnostik sich auch in Spannung zeigen kann, einen angespannten Diagnosebereich, angespannte Muskulatur, das sollte ich eben nicht bewegen, also nicht so wie einen Füllezustand behandeln, sondern eigentlich wie einen leeren Zustand. Das heißt, ihr probiert in meiner Arbeit oder ich probiere in meiner Arbeit da, wie soll ich sagen, ein binäres System, voll leer, schwarz-weiß und ich finde, die TCM bringt ein bisschen mehr Farbe mit ins Bild. Das ist jetzt keine Kritik an das System, überhaupt nicht. Mir ist nur aufgefallen, weil ich arbeite sehr viel praktisch, mir ist aufgefallen, dass ich mit dem klassischen Scherzer-System bei sehr vielen Problemen dann anstehe, das heißt, es muss eine übergeordnete Lösung geben. Und da finde ich die Differenzierung schon sehr hilfreich, aber du hast gefragt, wie diagnostizieren wir das? Und in unserer Schule, ich gebe das immer so als Guideline raus, weil die Leute sind immer so, wie soll ich sagen, die Leute sind immer so besessen auf Diagnose. Und dann sitzen sie vor einer anderen Person und dann haben sie das Gefühl, ich muss jetzt diagnostizieren. Und dann verlieren sie sich. Dann schauen sie auf Details, auf Kleinigkeiten, verzetteln sich in der Befragung und nehmen das große Ganze gar nicht mehr wahr. Und meine Guideline für Diagnose von, sage ich mal, mehr Leber-Thematik ist relativ simpel. Kommt jemand rein und wirkt er fröhlich und leicht oder wirkt er angespannt und frustriert? Ja, da gibt es natürlich auch viele Gründe, das ist etwas zu banal. Aber ich glaube schon, dass man das sagen kann, eine gewaschene Leber-Chi-Stagnation wird nicht zu einer fröhlichen Geistesgrundhaltung führen, oder? Nein, nein. Ich bin jetzt gedanklich, weil gut, Scherz, du hast du jetzt irgendwie binär dargestellt in der chinesischen Medizin. Ich finde die auch ziemlich mathematisch klar strukturiert und da gibt es halt, ich sage immer Schubladen, aber wir haben die fünf Elemente, das ist auch ein relativ klares System. Und trotzdem ist es manchmal komplex, jetzt gleich eine komplexe Frage, die chinesischen immer die Leber-Chi-Stagnation, wir kennen alle diese TCM-Zuordnungen, Zorn-Wut-Aggression, die nicht rausgeht, Entspannung durch Aktivität als Therapieoption, das sage ich immer, Entspannung durch Aktivität, die Entspannung kann sein körperlich, indem man die Menschen spazieren geht, oder was schicken, schickt, oder sie sollen malen oder tanzen, oder was auch immer, oder geistig. Der spannende Punkt ist der, und jetzt Schiazo-mäßig, wie kommst du da zu einer Lösung, chinesisch hat einen Unterschied, ob man eine Qi-Stagnation hat, aufgrund von einer Fülle, also zu viel an Alkohol, zu viel Zorn-Wut-Aggression, oder du kannst auch wie ein Flussbett, wo zu wenig Wasser drin ist, zu wenig Qi führt, zu einer Qi-Stagnation, und dann ist immer die Schwierigkeit, schicken wir die Menschen sich bewegen lassen, oder nicht, bei einer Qi-Stagnation. Die klare Grenze aus Sicht der TCM ist, ob die eine Fülle haben, dann sollen sie sich bewegen, haben sie einen Mangel, dann sollen sie fast passiv durchbewegt werden, also dann ganz sanft höchstens nur. Also mit den Dingen, die ich da jetzt gesagt habe, kommst du da scherz-mäßig auch zu einer guten Konklusion ganz sicher. Ja, ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich, im Ansatz her. Ich bezeichne das dann so in meiner Arbeit eher als sekundäre Qi-Stagnation, das heißt, ich muss den Primärgrund suchen, warum ist dieser Qi-Mangel vorhanden, und da gefällt mir das System, der fünf Elemente dann schon sehr gut, weil dann habe ich entweder das Muttrelement, oder das kontrollierende Element, und dann gehe ich immer einen Schritt zurück und schaue, okay, vielleicht kommt die Leere mehr aus den Nieren, vielleicht kommt die Leere mehr aus der Lunge, oder vielleicht kommt sie auch mehr aus der Milz. Da schauen wir schon noch darauf in der Diagnostik, aber du hast einen super interessanten Punkt gesagt, den liebe ich nämlich total, Bewegungsprogramm als Therapie für Qi-Stagnation. Vielleicht generell, ich hole ihn immer ein bisschen weiter aus, oder weil ich nicht weiß, auf was für ein Niveau wir die Leute abholen beim Zuhören, wir gehen davon aus, dass die Energie, gerade des Frühlings, die Frühlingsenergie, die Holzenergie, sehr dynamische Energie, eine sehr bewegte Energie, so wie im Frühling halt sich auch alles bewegt und wächst, und sehr starke, vorwärtsdrängende Energie, und die ist natürlich super sensitiv auf Stagnation, weil wenn der Frühling nicht in die Gänge kommt, dann merken wir, das ist wie eine Knospe, die nicht aufspringt, und mit dieser Knospe, da stagniert die geballte Lebensenergie, die muss quasi aufspringen, im Winter muss gar nichts aufspringen, da müssen wir ruhen, das heißt, okay, Qi-Stagnation sehr wahrscheinlich, und dann, ich habe das jahrelang gemacht, bis ich draufgekommen bin, ich bin immer happy damit, eben diese Geschichte, Bewegungsprogramm, und ich wohne ja an der alten Donau, und dann gehe ich oft gern spazieren, das tut meiner Leber ganz gut, und dann schaue ich mir die Leute an, und da siehst du, wie die laufen, total frustriert, total angestrengt, total verbissen irgendwie, oder du siehst Leute Kraftsport machen, auch mit so einem Druck drinnen, Glaubst du, dass das wirklich ein gutes Bewegungsprogramm ist, für Qi-Stagnation? Gleich erzähle ich was Interessantes, aber natürlich nicht, um das zu beantworten, eh klar, weil man muss es gerne machen, also es muss, natürlich, es muss freudvoll sein, man muss es gerne machen, und deswegen sage ich immer, Entspannung durch Aktivität, körperlich und oder geistig, aber natürlich sollten das angenehme Tätigkeiten, trotzdem eine interessante Geschichte, auch wenn sie nur ein bisschen passt, ich hatte unlängst eine Patientin da, die viele Menschen unter sich hat, also arbeitsmäßig, die viel geleistet hat, die intelligente Frau, fit, total fit, klein und zart, und die macht dreimal die Woche Yoga, und sie macht so eine Form von Krafttraining, ich weiß nicht, wie das heißt, wo sie so schwere Schnüre, auf und runter, Crossfit, irgendwie sowas, genau, und mit dem eigenen Gewicht, und dann so Lastwagen reifen, umwerfen und so, und die sitzt da und erzählt mir, dass sie das Krafttraining macht, um sich zu entspannen, und ich schaue es an, und ich denke, ich kapiere es nicht, und ich frage sie, was macht sie sich zu entspannen, und die Erklärung war eine ganz klare, sie sagt, sie macht, dieses Training, das sie macht, ist doch verletzungsanfällig, das heißt, sie muss mit dem Gedanken so dort sein, bei den Übungen, dass sie den ganzen Rest ausschaltet, Beziehung, Kind, Job, das heißt, alles andere wird runtergefahren, sie macht dieses Training, pauert sich aus, und ist danach tiefenentspannt, die macht also Yoga, um sich zu kräftigen, und dieses krasse Training, um sich zu entspannen, das ist natürlich wie, du kletterst und Snowboarden, ich glaube, man kann auch nicht klettern und grübeln, aber die macht dieses Crossfit, um den Geist, schon interessant, oder? Ja, ja, durchaus, ich finde das ja generell recht spannend, oder, weil, da hat der Sport den Zweck des Ventils, für was auch immer, egal ob ich jetzt acht Stunden gesessen bin, oder zu viel Druck und Verantwortung habe, oder mental zu fokussiert, ist ein gutes Ventil, im taoistischen Denken, ist das ja eigentlich furchtbar, warum ist das furchtbar? Weil, solche Personen, bevorzugen den Sport dann natürlich am Abend zu machen, damit sie quasi nach dieser Arbeitsphase, den Druck und die Anspannung ventilieren können, das heißt, sie werden sehr young, eigentlich schon in der Yin-Phase des Tages, und da werden sie dann nicht 120, 140 Jahre alt, das müssen sie ein bisschen berücksichtigen, ja, weil Sport sollte man doch eher in der Frühlingsphase des Tages machen, Frühlingsphase ist Morgenzeit, Vormittagszeit, ja, um das Qi in Bewegung zu bringen, das heißt, ich, aber, ich sehe das auch, und ich sehe auch die Notwendigkeit, und ich kenne auch sehr viele Leute, denen das wirklich gut tut, aber ich finde, es ist so interessant, auch ein bisschen die, den Stellenwert einer Tätigkeit, aus den Gesichtspunkten von Ost und West zu betrachten, weil in Osten ist mehr die Idee, die Bewegung am Morgen zu machen, um das Qi sanft in Fluss zu bringen, und bei uns ist die Bewegung am Abend, um Druck und Stress und Anspannung abzubauen, das heißt, ganz ein anderer Stellenwert, ich glaube, beides ist okay, bei uns ist es wichtiger für die Balance, na, warum ich vorher ein bisschen darauf zurückkommen wollte, weil, ich weiß es bei dir, aber, ich glaube, das ist oft ein gut gemeinter Ansatz, der, ich kann jetzt nur ein bisschen von der Scherzo-Szene sprechen, oft falsch interpretiert wird, das heißt, falsch interpretiert, weil in den ganzen Lehrbüchern oder, okay, Leber wird auch mit den Muskeln und den Sehnen in Verbindung gebracht, und das Erste, was man liest, ist Aktivität und Dynamik, und die schicken dann die Leute alle in die Bewegung hinein, in die Bewegung hinein, in die Bewegung hinein, und, ich finde das System der fünf Elemente schon sehr schön, weil, das ist ja ein Kreislauf, das Qi soll sich weiter bewegen, und das Qi von Holz soll ins Feuer gehen, was heißt das für mich de facto, damit die Holzenergie freikommt, es muss Freude entstehen, es muss eine Form von Freude entstehen, sonst kommt die Holzenergie nicht wirklich frei, die muss ich ins Herz transformieren, und dann habe ich eine Freude dabei und eine Leichtigkeit, und, aber, bei uns in der Schule, in der Scherzausbildung, die dauert drei Jahre im ersten Jahr, auch, ich habe Holzstagnation, ich muss Sport machen, ich muss wieder bewegen, und ich sage, nee, was macht da Freude, und ich würde sagen, du hast gesagt, körperlich, geistig, ich würde das unbedingt, ich probiere den emotionalen Aspekt, mir an den Mittelpunkt zu stellen, und ich sage, wo entsteht dann Freude an sich, wo kommt Freude frei, und dem zu folgen, aber generell eine gute Frage ist, warum ist diese Geschichte mit der Leber-G-Stagnation so weit verbreitet? Warum? Soll ich eine Antwort geben? Bitte! Folgende Geschichte, in Graz gibt es immer einen TCM-Kongress, TAU-Kongress, der ist immer im September, der erste TAU-Kongress war, ich möge nicht stimmen, vor 21 Jahren ungefähr, da war ich nur Zuhörer, vortragend Bob Flos, so ein noch immer altehrwürdiger, der hat mehr Bücher, als wir beide zusammen geschrieben, doppelt so viele. Wie macht er das? Wie macht er das? Wir sind ja noch jung, nein, aber Bob Flos, und spricht über gynäkologisches Thema, und Gyn und Leber-G-Stagnation, hat eine gute, also eine Nähe, spricht über Leber-G-Stagnation, und fragt dann ins Publikum, was sind die Ursachen für Leber-G-Stagnation. Sitzen lauter TCMler, das war in der damals noch medizinische Fakultät in Graz, und alle zeigen auf, Zorn, Brutaggression, bla bla, Mangel an Bewegung, Blutmangel, wollte er nicht hören, und was er hören wollte, war Unwissenheit. Was natürlich brillant ist, was die Tibeter sagen, also wir wissen nicht, also Tibeter gehen ja von Unwissenheit aus, Bob Flos ist in der Zwischenzeit auch viel mehr als tibetischer Mönch tätig, also als TCMler, also der ist älter, und geht ganz hart diesen tibetischen, also hart schon fast, aber also warum kriegen wir eine Qi-Stagnation? Weil wir nicht die richtigen Dinge tun mit Körper, Rede, Geist, das war der tibetische Ansatz, und ich glaube das auch schon ein bisschen, also diese falschen Dinge, die falsche Belastung, der falsche Job, die falschen Nahrungsmittel, die falschen weiß ich nicht, was man alles falsch machen kann im Leben. Alles. Alles, genau, genau. Aber das glaube ich schon. Und die, das muss ich auch noch gleich erzählen, weil das hat mich sehr berührt, ich habe unnächst ein Video gesehen von einem Arzt, der auch Meditation leitet, und der wurde gefragt über die, was ist seiner Meinung nach der Vorteil der Meditation? Und er sagt nur ein Wort, er sagt Wahlfreiheit. Und ich finde das brillant, ja. Ja, das stimmt. Weil wenn du, weiß nicht, wenn du zofferst mit dem, weiß ich nicht, wie auch immer, dann kannst du in die Opferrolle gehen oder zornig werden oder traurig werden oder eben nicht. Also diese Wahlfreiheit, das ist ja eine gute Geschichte. Also von wegen Leberti-Stagnation, das ist ja auch, es ist ja, also ich finde diese Wahlfreiheit irgendwie eine gute Antwort. Und das ist aber schwierig jetzt für uns als Arzt und Therapeut so gegen die Ties-Stagnation vorzugehen. Ist es das? Ja und nein. Weißt du, ja und nein. Da waren jetzt mehrere Ebenen, wo ich mich einklinken wollte. Das mit der Wahlfreiheit, das finde ich wunderbar. Ich finde das wunderbar. Ich habe auch mal so eine Definition aufgeschnappt, die hat mir sehr gut gefallen. Was ist Meditation? Ist die Pause zwischen zwei Gedanken. Das ist die Pause zwischen zwei Gedanken. Und wenn ich diese Pause erfassen kann und wenn ich diese Pause ausbauen kann, dann ist ja da eigentlich diese gewünschte Leere. Und in dieser Leere, in dieser Ruhe, in dieser Beobachtung, ich glaube, aus dem entspringt dann auch die Wahlfreiheit. Weil egal, ob jetzt ein Gedanke kommt oder eine Emotion, wenn ich nicht da und in diesem Fluss drinnen stehe, dann kann ich wählen, wie ich darauf reagiere, was ich festhalte, was ich nicht festhalte, was ich ziehen lasse. Aber meine Lehrer sind da wesentlich strenger, muss ich sagen. Aber ich sage auch immer dazu, das ist die Freak-Abteilung, in der ich mich bewege. die sagen, die würden das eigentlich eher unter Geistesqualität einordnen, eine Geistesqualität. Die Wahlfreiheit meinst du? Ja, die Wahlfreiheit. Also eine Qualität, die ich mental schulen kann und die eine Zutat ist für den meditativen Prozess. Dass das wie eine Zutat ist, weil der meditative Prozess wird mehr umschrieben, die bewusste vollkommene Versenkung des Bewusstseins auf ein Objekt oder auf einen Zustand der Wahl. Nochmal bitte, dass ich mitdenke. Die vollkommene Versenkung des Bewusstseins, also wirklich die Versenkung des Bewusstseins auf ein Objekt oder auf einen Zustand der Wahl. Da wäre die Wahlfreiheit schon wieder drinnen. Und das wird dann noch weiter. Ich sage, ja, das ist relativ kompliziert, ich näher mich dann an. Aber dann geht es auch darum, Meditation, sagt man, entsteht dann, wann dieser Zustand zumindestens über einen Zeitraum von einer Stunde ohne Unterbrechung aufrecht erhalten werden kann. Wir sehen uns im nächsten Leben, in diesem Gleis nicht mehr schaffen. Aber so ist er definiert. Aber ich sehe den Aspekt und das wäre eine notwendige Zutat. Ein bisschen probiere ich, diese Sachen schon hochzuhalten. Ist nie böse gemeint, aber mehr Klarheit in der Begriffsdefinition würde ich mir wünschen. Weil heutzutage ist Geschirr waschen, ist Meditation. Nein, das ist Achtsamkeit. Ich kann achtsam Geschirr waschen, ich kann achtsam Auto fahren, ich kann achtsam mit jemandem sprechen, aber de facto ist es keine Meditation, was einfach keine vollkommene Versenkung des Bewusstseins darstellt. Weil das ist ja der Nullpunkt, das Nichtstun, die absolute Bewegungslosigkeit. Da kann ich nicht Geschirr waschen. Aber wie auch immer, zurück zu Leber, wie kommen wir zum richtigen Handeln? Das war ja an dich. Zum richtigen Handeln? Weil du vorher gesagt hast, Zustand der Unwissenheit, oder? Die falschen Handlungen, die richtigen Handlungen, wie kommen wir dazu? Und wie kann man das definieren, was richtig und was falsch ist? Ich stotter. Das ist eine schwierige Frage, gell? Nein, aber bei diesen philosophischen Fragen, als gelehrter Thibetologe, komme ich da mit meinen tibetischen Antworten, weil die haben ihre Antworten, die finde ich dann gar nicht so schlecht. Die haben, nicht richtig oder falsch, aber die haben tugendhafte Taten und nicht tugendhafte, und das wird dann verschieden, Körper, Rede, Geist, das ist komplett langweilig, aber da gibt es dann mit dem Körper Dinge, die man nicht tun sollte, mit sprachlich und gedanklich und wenn man die meidet, dann ist es dann schon ziemlich gut, glaube ich. Das betrifft einen eigenen, nicht dann auch noch, wenn man Familie und so weiter, aber die Thibeter haben da irgendwie so einen Stufenplan, was man tun möchte. Also körperlich, soll ich es erzählen, aber die haben da so Punkte, die man macht. So würde ich es denken. Aber jetzt auf die Leber bezogen? Genau, das würde mich ja interessieren. Genau, auf die Leber bezogen ist es natürlich insofern spannend, weil wir haben das Huhn auch noch nicht durchbesprochen. Wir stehen erst am Anfang. Genau, nein. Das Tschiewel bewegt werden, das ist klar. Also das nur ruhige Verweilen ist der härteste Weg fürs Ski. Sonst ist es, also die oberflächlich leichtere Methode ist natürlich, Körper und Geist in Bewegung zu halten, um durch die Bewegung in den Spannungen zu kommen. Also würde ich schon Dinge tun. Und jetzt das Leichteste, man schaut sein Leben an, man hat zehn Dinge zu tun. Davon sind, du warst vorher bei der Freude, davon sind drei vielleicht freudvoll, sechs sind neutral und ein Ding geht einem komplett gegen den Strich. Also was soll man tun? Auf jeden Fall dort mal ansetzen, dass man gegen den Strich geht. Das ist dann schon gar nicht so ungelungen, sozusagen den Mut zur Lucke zu haben, Mut, nein zu sagen. Das ist für die Leber-Gee-Stagnation grenzgenial. Also das ist, glaube ich, schon auf einem ganz praktischen Niveau gar nicht so schlecht zu schauen, okay, was tue ich den ganzen Tag? Und was, ich glaube, manche Dinge muss man tun, wird man nicht drumherum kommen. Also so, dann tut man sie einfach Punkt, denkt nicht drüber nach. Also manche Dinge muss man tun und andere Dinge kann man ein bisschen wählen und dann wählt man die Dinge ab, die man tut, aber nicht tun muss und nicht möchte. Also das ist dann für die Leber gar nicht so schlecht. So banal würde ich da denken. Ist das so eine Verhaltensempfehlung, wo du auch mit deiner Krienten durchgehst? Ja, ich glaube, das ist ganz ein wesentlicher Punkt. So in unserem System, oder ich sehe die ganze Geschichte fast ein bisschen systematischer, ausufernder. Und auch da gefällt mir das System der fünf Elemente eigentlich sehr gut, weil, oder eigentlich ist es so ein bisschen Bauernansatz, kann man sagen, oder? Ein guter Frühling braucht einen guten Winter. Bin gespannt, was das heuer noch wird im Jahreskreislauf, weil schwacher Winter, Frühling schießt durch die Decke, aber das war früher so. Wir brauchen einen guten Winter, also eine gute Phase der Regeneration und der Stille, damit sich die Natur möglichst gesund und kraftvoll entfalten kann. Und wenn ich das jetzt umlege, quasi auf das, was ich so sehe, gesellschaftlich und bei meinen Klientinnen, auch bei mir selber, oder vielleicht spreche ich mir von mir, ich merke, mir fehlen diese Ruhephasen, oder mir fehlt auch diese Ruhephase im Winter, diese Phase der Stille. Und ich glaube, dass wir in traditionellen Systemen, in traditionellen Kulturen, aber auch in Religionen, hat es immer Phasengegebung des Rückzugs und der Besinnung. Aber wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel die Vorweihnachtszeit, das wäre die besinnliche Zeit gewesen, die Zeit eigentlich für Innenschau, damit ich die Ruhe der Natur und die Dunkelheit nütze, um nicht nach außen zu blicken, sondern mehr nach innen zu blicken, um mich mit mir selber zu verbinden, oder vielleicht auch mit irgendetwas Höheren zu verbinden, wie auch immer. Und was haben wir für einen Lebensstil kreiert? Die Vorweihnachtszeit ist die anstrengendste Zeit des Jahres, ist eigentlich die stressigste, intensivste Zeit des Jahres. Dann kommen die Festtage, da komme ich auch nicht zur Ruhe, und meistens sind die Leute Mitte Jänner, Ende Jänner, sind sie schon furchtbar erschöpft, ausgelaugt und sehnen den Frühling einher. Aber was ich meine, ich glaube, es fehlen uns kulturell und gesellschaftlich, es fehlen uns diese Phasen der Auszeit und der Besinnung, um einen Abgleich zu machen, was will ich eigentlich, oder wo stehe ich im Leben, wo stehe ich jetzt, und wo will ich hin? Und du hast den Hund schon ein bisschen so angeschnitten, und was sind meine Träume, was sind meine Visionen, was wünsche ich mir in meinem Leben, was möchte ich wirklich umsetzen? Und so mein Erklärungsmodell, warum das Holzelement bei so vielen Leuten wirklich betroffen ist, weil wir den Kontakt verloren haben, wie soll ich sagen, zu einer tiefen Instanz in uns, zur Seele, zu unserem Persönlichkeitskern, und oft im Leben nicht danach trachten, diesen Kern zu entfalten, in die Gesellschaft einzubringen, sondern das, was von den äußeren Umständen erwartet wird, was zu tun ist, was man halt so machen muss. Mein Lieblingsbeispiel, was ich dann immer erzähle, ist, als kleines Kind habe ich so Bilder gehabt, und die Eltern fragen dann, weißt du schon, was du werden willst? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte Lkw-Fahrer werden. Akademiker-Familie, Lkw-Fahrer, sicher nicht, oder vergiss es, und so ordentliches Lehren, etc., etc., aber rückwirkend war das total interessant für mich, weil ich glaube, ein Kind, wir kommen noch zum Hund, aber ein Kind hat eine gute Verbindung noch zu diesen Bildern des Hundes, und die Fantasie ist relativ frei, und ich habe Bilder bekommen, ich würde gerne unterwegs sein, ich möchte viel erleben, ich möchte andere Länder sehen, ich möchte mit Menschen zu tun haben, und als kleines Kind, ich habe kein besseres Bild gefunden, ein Kind neues Lkw-Fahrer, der hat das halt für mich verkörpert, aber nicht, weil ich den Beruf so geil gefunden habe, sondern weil ich diese Qualitäten in diesem Berufsbild erkannt habe, und dann habe ich gesagt, genau, die Qualitäten möchte ich leben in meinem Leben, und dann kommen die Eltern und sagen, das geht nicht, und du musst was ordentliches machen, und überhaupt, und das und das, und dann kommen die gesellschaftlichen Erwartungen, und dann kommen die Verpflichtungen, und ich glaube, je mehr der Traum in uns stirbt, desto eher sind wir anfällig für Liberty-Stagnation, und das wäre jetzt so ein bisschen mein globaler Zugang. Da kommt jetzt dann noch, glaube ich, eine Frage von mir, aber eigentlich deckt es sich mit dem, was Bob Flows oder auch die Tibeter sagen, die Ursache der Liberty-Stagnation ist Unwissenheit, weil du kannst die Unwissenheit ja auf verschiedenen, also du kannst sie verschieden definieren, und bei den Tibeteren ist es eh klar, das ist immer das Gleiche, du kriegst eine Antwort, je nachdem, wie der Lehrende glaubt, wo du stehst, gibt es verschiedene Antwortlevels, und das eine ist halt, wir essen falsch, oder verhalten uns falsch, aber tibetisch ist das Prinzip von Ursache und Wirkung nicht anzuerkennen, das ist auch so eine Unwissenheit, aber da geht es noch viel tiefer, dass man halt seinem eigenen Potenzial nicht gerecht wird, ohne jetzt religiös zu sprechen, aber diese Aufgabe, die man im Leben hat, nicht gerecht zu werden, das wäre die Unwissenheit. Ich möchte aber, also mir meine, als Mensch, der gerne den Rückzug schätzt, so, und haben mir das öfter auch schon geschenkt im Leben. Die Tibeter haben dieses Bild von einem Ozean, der in der Tiefe halt ruhig ist, und oben sind die kompletten Sturmwellen, also meine Frage, ist es nicht notwendig, oder nein, andersrum, meine Hypothese ist, dass du locker keine Zielstagnation entwickeln kannst, wenn du, wenn du, wenn du mal weißt, wer du bist, was du zu tun hast, dann kannst du ja trotzdem viel tun, dann kannst du im Außen stürmen, du kannst Patienten behandeln, du kannst deine Steuern zahlen, du kannst, du kannst alles Mögliche tun, und wenn du, wenn du, wenn du unten stabil bist, dann geht viel, dann musst du dich nicht dauernd zurückziehen, in die Versenkung begeben, wenn das Fundament ein ruhiges, kraftvolles ist, dann, dann muss man nicht auch noch vier Monate im Jahr in der Höhle sitzen, natürlich ist es gut, ab und zu sich dran zu erinnern, oder Menschen zu begegnen, die die Qualität, also sich erinnern, aber glaubst du, man muss dauernd dorthin gehen, wir sind beide verheiratet, also volles Programm. Wir gehen gemeinsam. Aber ist es notwendig, oder ist es nicht, kann es auch nicht auch die Alltagsübung sein? Naja, ist eine sehr gute Frage, und ich stimme dir hundertprozentig zu, ich glaube, man muss differenzieren, auf welcher Ebene sprechen wir von der Unwissenheit und vom Erkennen des Potenzials. Und mein simples System beinhaltet eine Person, eine Persönlichkeit, ein Ich, eine Seele und ein Bewusstsein. Und wenn die Erkenntnis auf der Ebene des Bewusstseins stattgefunden hat, brauche ich gar nichts mehr. Dann brauche ich diese Rückzugsräume, nicht mehr. Dann brauche ich die Höhle nicht mehr. Aber das wäre schon die allerhöchste Stufe an Sicht der Erkenntnis. Und das Bewusstsein ist auch ein Repräsentant der Einheit des göttlichen Prinzips, wie auch immer man das nennen will, und ist auch ein Repräsentant der Zeitlosigkeit. Das heißt, wenn ich die Zeitlosigkeit erkannt habe und die universelle Einheit, dann gibt es eigentlich nichts mehr zu tun. Und dann brauche ich auch nicht mehr die Räume, um mich damit in Verbindung zu setzen, dann habe ich das integriert. Ich glaube auch oft, aber die Ebene ist am weitesten gemeinhin vom Alltagsbewusstsein entfernt, vom Ich-Bewusstsein entfernt. Und ich glaube, das Ich-Bewusstsein, der Aspekt der Persönlichkeit, der unterliegt schon mehr, den Faktor Zeit, den Faktor der Veränderung, der fluktuiert mehr und der wandelt sich auch mehr. Und ich glaube, auf der Ebene der Persönlichkeit ist es durchaus sinnvoll, immer wieder Kalibrierungsbreaks einzulegen in Leben, um zu schauen, stimmt die Richtung an sich noch? Bin ich überhaupt noch in Kontakt mit meinen Träumen oder hat sich ein Traum auch verändert oder ist ein neuer Traum dazugekommen? Und vielleicht müssen es nicht, das kommt ja jetzt wieder darauf an, wo will ich hin? Ich glaube, wenn ich wirklich die höchste Ebene anpeilen will, ist es wahrscheinlich, je nach Unterschied der Herkunft, welche Vorgeschichte man hat, welchen Hummer hat, welche karmische Vorgeschichte man hat, aber ich glaube, es ist dann schon notwendig, über einen längeren Zeitraum tiefere Auszeiten zu nehmen, um überhaupt mit der Instanz des Bewusstseins in Kontakt kommen zu können. Aber für die Person würde es meiner Meinung nach reichen und das braucht ja alles einen Realitätscheck, oder? Wir haben Frauen, wir haben Kinder, wir haben einen Beruf, das ist leider nicht, nein, leider, Entschuldigung, falsch gesagt, ist nicht möglich, aber die Morgenzeit zum Beispiel, die Morgenzeit ist meine Kalibrierungszeit, die suche ich mir schon gern, also nicht diese vier Monate, aber dass ich in der Früh mindestens eine Stunde für mich habe, wo ich mit dieser Stille Kontakt aufnehmen kann, und wenn ich mit der Stille Kontakt aufgenommen habe, dann kann ich sie in den Alltag mitnehmen, es mehr an wiedererinnern. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen bewusstseinsmäßig überhaupt fähig zu sein, in so eine stille, tiefe Abtauchung zu können, als Training, dann brauche ich wirklich vielleicht diese Trainingscamps, oder Momente, wo ich mich an gewisse Qualitäten wiedererinnern. Aber Leber-Chi-Stagnation, dass wir das nicht verlieren. Unwissenheit, glaube ich, ist ja generell nicht nur die Wurzel von Leber-Chi-Stagnation, sondern die Wurzel von allen Krankheiten im tibetischen Denken, kann man das so sagen? Von 72.000 Geistesgiften mit 72.000 Krankheitsbildern, genau, so viel wird es geben. Okay, ist genug, glaube ich. Es reicht, um sich nicht gut zu fühlen. Aber, und ich breche es dann immer runter, weil die Klienten kommen ja oft mit ganz banalen Themen, was sind banale Themen, irgendwie, um so ein Klassikerbeispiel herauszunehmen, oder Person XY, so eine künstlerische Seele, und man wollte Künstlerin werden, und dann dieselbe Geschichte, von Kunst kannst du nicht leben, und du brauchst einen Brotberuf, und dann mach Buchhaltung. Ein krasses Beispiel, oder? Und ist klar, wenn du quasi diese Seelenqualitäten in dir hast, aber dann Tag für Tag mindestens acht Stunden komplett das Gegenteil lebst, dann wird es zu einer Form von Frustration führen, oder sagen wir es so, es wird nicht zu einer Glückseligkeit führen, kann ich mir schwer vorstellen, und dann haben wir die Frustration, und dann sagen wir, die Frustration ist Leber-Chi-Stagnation, und dann trinkt man ein Decockt. Und das wird nicht ausreichen, oder? Ja, sicher nicht. Und ich frage dann schon, was ich am liebsten mache, ist, was ist dein Traum? Hast du einen Traum, oder hast du einen Wunsch, hast du einen Traum, oder was war dein Kindheitstraum, welche Qualitäten könnten in diesem Kindheitstraum verborgen gewesen sein? Ich glaube, du bist da eigentlich ja, so wie ich dich kennengelernt habe, sehr glückliche Person, insofern, dass sich die Qualitäten deines Hohns sehr bald freigesetzt haben. Kann man das so sagen? In Bezug auf berufliche Orientierung, Lebensweg, wo will ich hin? Also, nicht? Nein, du hast natürlich recht. Also, ich habe das Glück, dass ich das mache, was mir Spaß macht, und das hat sich gut gezeigt. Und wenn ich das mache, wird es auch noch unterstützt von außen, indem ich noch mehr unterstützt werde. ich muss mich gar nicht anstrengen sehr. Ja, ja, das ist ein wunderbarer Anspruch. Das ist ein guter Punkt. Ich muss mich nicht sehr anstrengen. Ich bemühe mich eh gerne. Unlängst hat mich ein Patient gefragt, und das ist ein Beamter, wie viel ich wöchentlich arbeite. Und dann habe ich gesagt, ich kann es ihm gar nicht sagen, weil, ich meine, als selbstständiger Mensch, der sich mit Dingen beschäftigt, also ich verarbeite mir beide nicht von 8 bis 17 Uhr, und dann legen wir das Ding weg. Aber es ist halt nicht Arbeit. Also, ich bin halt, wie viele, also, ich habe das Glück, dass ich das gerne mache. Also, so einfach ist das bei mir. Ja, und dann in Scherze schauen wir, okay, dann sage ich, woher kommt das? Die Qualität des Wasserelements, vielleicht das, latente Lebenspotenzial, hat sich im Holzelement zu einem schönen Lebensplan entwickelt, ja, und der zur Blüte kommt, den Feuerelement und Freude bereitet. Und wenn das der Fall ist, keine Lebertschicht-Stagnation, ja. Aber ich sehe es wirklich, ich sehe das als fast ein gesellschaftliches, großes Thema, weil wir haben beide Mädchen, die jetzt in der Schule sind, ja, und man lernt sehr früh funktionelle Sachen, aber wir lernen nicht, wo sind unsere Talente, wo sind unsere Qualitäten, was bereitet dir Freude, oder was könnte ein spannender Lebensweg für dich sein? Und dadurch glaube ich schon, dass wir viel von dieser Frühlingsqualität im Leben verlieren, gerade jetzt, wenn ich in, gut, jetzt, wenn die Sonne scheinen, sind alle gut drauf, ja, aber ich sage, 90 Prozent der Zeit, wenn ich in Wien durch die Straßen gehe, merke ich, oh, es ist mehr Herbststimmung, es ist eine Schwere, oder, es ist nicht diese Leichtigkeit, diese Freude eines Kindes, ja, das ist auch für mich diagnostisch immer interessant, hat jemand eine kindliche Qualität, dann wird es weniger mit der Leber zu tun haben, aber du hast schon den Hund vorher angeschnitten, welche Rolle spielt der Hund jetzt in dem ganzen Geschehen? Ja, welche Rolle, soll ich mal vor mich hin trappeln, oder magst du erst definieren, was das Hund für dich ist? Nee, nee, bitte, bitte, ich bin interessiert. Also, ich habe in Weitem nicht so ein klares Hund, oder ich bringe ein paar Definitionen, und dann schauen wir, wo wir hinkommen, also, die Chinesen sagen, Hund ist das Speicherbewusstsein, das ist das, was sich manifestiert, das ist das, was wir mitnehmen, mit dem wir irgendwie auf die Welt kommen, das kommt irgendwie zur Zeit der Pubertät an die Oberfläche, das Interessante ist, dass im Hund, im Speicherbewusstsein halt unendlich viele Erfahrungen drinnen sind, gute wie schlechte, das heißt, ein spannender Punkt ist, dass du aus meiner Sicht das Hund nie klären kannst, nie, also kommst du nicht hin, kannst 24-7 meditieren, das Ding wird, das kriegst du nicht, das kriegst du nicht, kriegst du nicht voller Rosenduft, also, das Hund ist komplex, weil es gibt ja dein eigenes und mein eigenes, und das Kollektive, also, das Hund ist riesig, ähm, ähm, also, das Hund ist schon spannend, das Hund ist spannend, jetzt auch die Lebertierstagnation, lass mich überlegen, ob ich da überhaupt so speziell, da bin ich, glaube ich, eher wieder bei dir, dass man, okay, jeder hat so seinen Hund, seine Veranlagung, die einen haben mehr Talent für Sprachen, die anderen mehr für Bewegung, die nächste für Medizin, für Mathematik, und wenn man, wenn man diesem Ding gerecht wird, dann, dann ist es feiner, seinem eigenen Hund, wenn man dagegen arbeitet, aber, aber, jetzt explizit auf die Lebertierstagnation, ähm, gute Frage, ja, 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 Holzelement ist klar, drübergelegt, aber Holz ist halt viel, chinesisch, und nicht explizit Lebertierstagnation, aber, mach mal du weiter, und dann springe ich wieder rein. Ja, gut, ich glaube, Leber hat ja mehrere, ja, Pathologien und, und, und Muster, ich komme schon wieder ein bisschen drauf zurück, aber, deswegen habe ich gesagt, Cia hat so ein bisschen ein binäres System, wir, wir arbeiten eher vereinfacht, aber, oder vielleicht ist mein Zugang geworden, vereinfacht zu arbeiten, um eine Brücke auch zu den Klientinnen zu schlagen, ja, aber einen, einen Aspekt, den habe ich mal aufgeschnappt, der hat mir sehr gut gefallen, also, die Rolle des Hohns im Schlaf, oder, ja, weil viele Schlafstörungen werden ja auch mit den Hunden in Verbindung gebracht, und, und das hat mir sehr gut gefallen, weil, ja, einerseits sagt man die Wanderseele, andererseits sagt man aber auch ein bisschen das Speicherbewusstsein an sich, und, und das war, wann ist es ein wirklich guter Schlaf, wann sprechen wir von einem guten Schlaf, im ersten Drittel des Schlafes entlädt der Hund die Eindrücke, die er während des Tages gespeichert hat, das ist, im ersten Drittel ist es quasi so wie eine Müllentleerung, im zweiten Drittel ist es die Aufgabe des Hohns mit genau diesen archetypischen Bildern, die er über seine Seelenreisen, oder wo auch immer er die her hat, was mit diesen archetypischen Bildern, die eine Person individuell machen, mit diesen in Kontakt zu kommen, mit diesen Qualitäten, ja, und in der dritten Phase, dieses, dieses Schlafabschnitts, ist es seine Aufgabe, eine Vision daraus zu entwickeln, das heißt, Müll entleeren, mit den archetypischen Qualitäten in Kontakt kommen, Vision entwickeln, und diese Vision sollte sich dann an sich freudvoll um drei am Morgen über Leber 14, den Tor der Hoffnung in die Lunge entfalten, sodass wir angetrieben von dieser Vision und von diesen schönen Bildern, energiegeladen, kraftvoll in den Tag hinein starten. Klingt ja hervorragend. Ja, Wenn es 9 Uhr in der Früh wäre, hätte ich auch nichts dagegen. In der Theorie, ja. Aber das finde ich einen recht spannenden Aspekt, weil dann kommen wir schon wieder zur Leberziehstagnation zurück, weil wenn ich jetzt zum Beispiel so viel, so weit weg bin von meinen archetypischen Qualitäten, und der Hund eigentlich nur die ganze Nacht den Müll ausleeren, oder, dass ich sage, ich habe die ganze Nacht mit meinen Vorgesetzten gestritten, oder ich habe die ganze Nacht mit meiner Partnerin gestritten, oder ich habe von Kriegen geträumt, dann komme ich gar nie mit diesen Qualitäten in mir in Kontakt. Das heißt, so der energetische Prozess, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist wirklich so gemeint, oder? Die Vision wird über das Tor der Hoffnung, wird an die Lunge gefüttert, und dann stehe ich angeregt und vital auf. Eine praktische Empfehlung? Eine praktische Empfehlung diesbezüglich. Wein, Bier, je nachdem, je nach Typ, nein. Das ist sehr schwierig, ist wirklich schwierig, ja. Ich finde es schwierig, aber, weil es vielschichtig ist, ja. Ich glaube, es ist sehr vielschichtige Thematik. Wie kommen wir überhaupt dazu, dass der Hund im Laufe des Tages so viele unangenehme Eindrücke aufnimmt oder aufnehmen muss? Und da sind wir schon wieder auf so vielen verschiedenen Ebenen, oder? Kann sein, dass mir eine natürliche Schutzfunktion fehlt. Ich sage, ich muss klare Grenzen setzen. Kann sein, dass ich aufgrund meiner Geschichte eine mentale Kalibrierung habe, die alles, was auf mich einprasselt, negativ interpretiert und abspeichert. Dann muss ich vielleicht mehr mit den neuronalen Netzwerken arbeiten, ja. Kann sein, dass ich wirklich in einer Entschuldigung-Scheiß-Situation im Leben bin und es gar nicht anders geht, ja. Aber die Entleerung des Hundes, was ich sehr gut finde diesbezüglich, und das setze ich sehr gern ein, und ich finde, das wird in Bezug zur Leber-Gee-Stagnation nämlich oft unterschätzt, ist Fasten. Ich mache das hier sehr gern Fasten, ja. Weil sich dann der Inhalt des Hundes mehr manifestiert, oder? Weil ich glaube, dass wir in einem normalen Alltag an zu hohen Reizüberflutungen ausgesetzt sind. Und die Reizüberflutungen dringen ja über unsere Sinnesorgane in unser System ein. Und man sagt, die Leber ist ja auch quasi die Funktion der Entgiftungszentrale. Und wenn ich zu viele Reize aufnehme, dann kommt die Leber mit Entgiften, Entrüppeln, Entmüll eigentlich de facto nicht mehr nach, ja. Obwohl ich jetzt sage, ist der Käsekreiner, oder der Ärger, der Kohl, oder sonst irgendwas. Und ich brauche einen Entlastungshebel. Bei mir merke ich es, das Schönste wäre natürlich, ich glaube, es gibt keine effektivere Therapie für Leber-Gee-Stagnation als drei Wochen Urlaub. Das ist die beste Therapie. Wenn man den Urlaub wählt, den man gerne macht. Den man, ja, wiederum vorausgesetzt, ja. Aber da merke ich ja, und da merke ich auch, dass absurde Symptomatiken oft im Urlaub verschwinden können, mit denen die Personen hier fast chronische Problemstellungen haben, ja. Und dann in drei Wochen Urlaub, das wäre doch das Beste. Okay, geht nicht. Was für Entlastungsmöglichkeiten habe ich, ja. Ich kann oft meine Arbeit nicht hinter mir lassen. Ich habe Verantwortung gegenüber meiner Familie. Aber Ernährung kann ich reduzieren, ja. Und ich glaube, durch die Reduzierung der Reize an sich, und rein jetzt auf physiologischer Ebene, wenn ich jetzt sage, ich probiere die Leber auch westlich zu betrachten, oder, wenn ich sage, ich probiere mit einem geringen, reinen Nahrungsangebot den Funktionskreis Leber zu entlasten, finde ich, hat er mehr Energie für die anderen Aspekte auch. Und das ist dann auch sehr interessant, was man schon sagen kann, gängiges Phänomen beim Fasten ist die Klarheit des Geistes, ja. Und ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, weil sich nicht nur der Darm klärt, sondern weil sich auch der Huhn klärt, ja. Ich habe früher gern diese Leberreinigung gemacht, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Leberreinigung nach Moritz, sechs Tage reduziert und clean gegessen, das heißt, keine raffinierten Produkte, keine Reitstoffe, gar nichts. Und um sechsten Tage am Abend tausst er dann ein Viertel Liter Olivenöl am Abend rein mit Gräbfrutzaft gemischt, ja. Das Saure bringt das Fett direkt. Zur Leber oder ich kann sagen, das Fett kurbelt die Gallenblase so massiv stark an, dass sie fast so eine Schockentladung hat. Und seine Idee war, dass diese schockartige Entladung der Gallenblase diese ganzen Gallenkanäle von der Leber her durchwuchstet und freilegt und die Leber dann besser funktionieren kann. Ob es so ist oder nicht, weiß ich nicht. Die Leute, die das machen, die suchen dann immer nach solchen Gallensteinen im Klo. Aber das ist ja so Olivenöl, was ein bisschen verseift ist. Da würde ich auch sagen, das ist nicht so. Also wie auch immer. Den größten Effekt habe ich psychisch gemerkt. Dann habe ich dann mehr psychisch gemerkt, dass ich dann oft Verhaltensänderungen plötzlich durchgeführt habe ohne große Willenskraft, ohne große Vorsätze. Und plötzlich war ich anders. Und das hat mich total interessiert. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, weil du hast vorher von diesen Traumgeschichten gesprochen. Die Tibeter haben ein eigenes Kapitel über Nebengushi, über Dinge, die wir im Traum sehen und wie wir sie interpretieren können. Aber ich wollte dich fragen, Empfehlungen. Und du hast jetzt mit so einem Fasten angefangen. Ich wollte eigentlich, meine Frage war in Bezug auf, zweite Phase ist der ganze Müll und dritte Phase ist eigentlich das Gute dann. Wie kommst du in die gute Phase rein? Wie kannst du dort hinkommen und die genießen? Also ich habe da mehr Schlafdauer, keine Schlafpräparate. Also kommst du überhaupt in die dritte Phase rein, wo die wenigsten hinkommen? Die Tibeter haben die, ich bin kein Spezialist dafür. Wie machen die das? Es gibt diese fünf Yogas von Europa. Da gibt es verschiedene Übungen. Das eine ist das luzide Träumen, wo du sozusagen in dem Halbschlafbewusstsein, also ich habe es nicht, ein Studienkollege hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, aber da hast du dann sowas, also wo waren deine Gedanken in Bezug auf Schlaf, dass man im Schlaf den Inhalt des Hund nicht nur präsentiert bekommt, ohne dass du es aufarbeitest, sondern dass du dann sozusagen aufwachst mit klaren Visionen für den Tag freudvoll. Hast du da noch Tipps? Da wollte ich hin. Aber das Bild ist ähnlich, oder? Das Bild ist ähnlich, ja. Das finde ich immer spannend, wo zwei unterschiedliche Systeme sich deckungsgleich treffen, oder? Das ist schön. Ach, ich glaube, da müsste man ein eigenes Gespräch über Schlaf führen, weil ich finde Schlaf ist, ich weiß nicht, das Durm-Tipp? Irgendwie, ich weiß keinen, weil ich finde, das Thema ist für mich... Person? Vor zwei Jahren bin ich auf die Blackout-Vorhänge gekommen. Das sind so ganz schwarze, dunkle Vorhänge. Und eigentlich habe ich immer gedacht, ich habe keinen schlechten Schlaf, ich habe keinen schlechten Schlaf. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit dieser Bio-Hacking-Szene auseinandergesetzt und dann war das der Trend des Monats. Blackout-Vorhänge und die sagen, in der Nacht sollst du nicht einmal die Hand vor deinem Gesicht sehen. So dunkel soll es sein. Man braucht wirklich für die Tiefe des Schlafs so eine Form von Dunkelheit. Gut, kann man diskutieren drüber, aber bei uns das Kunstlicht hat doch einen Einfluss auf den Melatonin-Zyklus an sich und das muss man möglichst blocken, wir sind ja nicht in der Natur. Und dann habe ich mir Blackout-Vorhänge gekauft. Das ist wunderbar. Unterschied gemerkt? Ja, voll. Wirklich? Ja, voll. Wirklich, ja. Also das war schon... Und ich dachte, so eine Kleinigkeit. Und dann geht es um Blackout-Vorhänge, dann geht es um die Schlaftemperatur, oder dann geht es um Cortisol-Regulation am Morgen, Word-Ever-Coffein. Ich glaube, wir haben vergessen eigentlich, was guter Schlaf ist, ja, und wo das Potenzial des Schlafs generell liegt, und ich merke es einfach immer nur bei meiner kleinen Tochter, Kinder kommen rein in so Phasen, glaube ich. Ja, Kinder kommen so rein in so Phasen, und vor allem, wenn irgendein aufregendes Ereignis fordert, das kennst du doch auch, oder? Und die machen, heute ist das, heute ist das, heute ist das, heute ist das. Also jeder Tag, da denke ich mir, okay, die kommen noch von der Fütter des Holzes mit positiven Bildern, oder, füttert die Lunge, und die sind in der Früh schon zum bärsten Gefühl. Ich noch nicht. Meistens ist es immer am Wochenende das Phänomen, oder? Aber auf die, um das noch zu sagen, die, 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 von wegen die, ich finde, wir sind ja gar nicht so differenziert in der chinesischen Medizin, was die Träume angeht. Wir können sagen, es gibt lebhafte Träume und nicht und keine Träume, und die lebhafte sind, desto mehr ist es eine Leber-Blut-Mangel-Geschichte. Also wenn, hat aber jetzt gar nichts so mit der Aufarbeitung des Hundes zu tun, aber, wenn man, das ist immer die leichteste Empfehlung, wenn man zu viel träumt, einfach Leber-Blut-Nährend arbeiten, Duffe, also Kürbiskarotten, Eigelb, Petersil, das ist nicht Austern, was immer man mag davon, aber... Blut. Blut? Reinfleisch. Ja, aber, genau. Lieber Datteln. Aber sozusagen, so ist diese Geschichte. Ja, ich glaube eben, auf einer symptomatischen Ebene, wenn Leute kommen mit Schlafproblemen, klar, muss man das berücksichtigen. Aber, so wie es ich jetzt kennengelernt habe, oder wo ich immer mehr hinter dir ist, dass man sagt, das System, der TCM, was sich ganz im Westen breit gemacht hat, hat ja auch mehr einen funktionellen Ansatz. Und die ursprünglichen Zweige haben schon mehr auch damit gearbeitet. Mehr mit alchemistischen Techniken, mehr mit taoistischen Techniken. Also, da ist es schon um genau solche Fragen gegangen. Aber das hast du in der Praxis auch, oder? Ja, wenn jemand Schlafstörungen hat und dauernd Albträume, ja, natürlich ist das erst ja Ernährungsempfehlung. Ja, mich würde es freuen, wenn man die Leute mehr auch zu einem, wie soll ich sagen, spirituellen Aspekt oder zu einem Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung hinbringt, weil eben, ich finde das schon sehr systematische Angelegenheit, die Leberstagnation. und die Lebenszufriedenheit, finde ich, ist auch ein gesellschaftliches Phänomen. Also, für mich steckt da wesentlich mehr dahinter. Und dann hätte ich nämlich eh auch noch eine Frage an dich. Warum gibt es keine Gallenblasen-G-Stagnation? Warum ist die nicht definiert? Also, das hast du schon vorher angedeutet. Ich weiß es gar nicht. Also, so wie ich in der T-Zim ausgebildet bin, das ist ja in der Tradition der Barfußmedizin, also nach der Kulturrevolution, es muss einfach sein, es muss praktikabel sein, alles schamanistische, spirituelle, religiöse, also da-da-da, das kommt alles raus, es muss einfach sein, praktikabel und auch leicht zu lernen sein und auch leicht anzuwenden sein. Und da gibt es halt so ganz klare Strukturen. Die ganzen Klassiker sind ja dann weg, weil es gibt ja nicht eine chinesische Medizin früher, sondern viele verschiedene. Und da hast du halt diese fünf Elemente mit zwölf Organen und viel mehr ist es nicht. Und mehr oder weniger, wenn man so ausgebildet ist wie ich, als kleiner Barfußmediziner, hast du immer J-Organ und Young-Organ und sämtliche, sämtliche, sämtliche Zuordnungen der Elemente werden immer dem J-Organ zugeordnet. Also in dem Fall ist es immer der Leber. Die Galle ist halt das Young-Organ, das lernt man dazu, aber egal, ob es die Jahreszeit ist, der Geschmack, die thermische Wirkung, die Farbe, die, was auch immer, das wird immer, das wird immer der Leber zugeordnet. Dann gibt es immer positive J-Emotionen und die negative, also das wird alles dem J-Organ immer zugeordnet. Und die Gallenblase ist dann nur therapeutisch in der Akkultur relevant für mich. Es gibt auch keine expliziten Gallenkräuter. Das ist immer Holzelement. Also ob du jetzt sagst, Leber oder Gallenblase, ist für mich der nicht manuell mit dem Gallenmeritär arbeitet. Entschuldigung, da liegt er nicht. Und Gin? Das ist ja auch nicht so ein Gallenkrauter, Klassiker. Ja, aber Huanxin ist auch Feuchtehitze in Leber und Gallenblase. Ja, oder klar. In Leber und Gallenblase. Das ist immer so ein, also, also, ich denke da wirklich immer im Organpaar. und das ist irgendwie praktikabel für meine Arbeit, aber deswegen gibt es jetzt nicht explizit Gallenblase. Tierstagnose. Tierstagnose in der Gallenblase. Ich überlege gerade, es gibt schon so Mini-Ausnahmen, aber nicht wirklich. Also, müsste ich jetzt schauen. Also, es gibt so einen Magienmangel, man sagt nicht Milzchenmangel. Naja, so. Magienmangel wird beschrieben, Magienfeuer. Das schon. Aber die Inorgane sind die, sind die relevanten. Ich finde das total, ich sehe auch, den Aspekt, den geschichtlichen Aspekt, die Bewahrung des Jins, oder, die Kultivierung des Jins, und Yang quasi nur die Transportorgane, oder die Weiter-Transportorgane. Aber, das hat mich dann, das hat mich dann wiederum manche auch zu, das habe ich dann irgendwie schön gefunden, oder spannend gefunden, oder dieser binäre Zugang, 0,1, ja. Und, weil, weil, ich habe dann, in der, da denke ich, okay, Bauchdiagnose, schaust natürlich andere Sachen auch ran, und dann bin ich drauf gekommen mit der Zeit für mich in meiner Arbeit. Das ist spannend. Ich weiß, dass in der TCM die Gallenblase ein bisschen als Stiefkind-Dasein führt, ja. Aber für mich war dann das dann so ein Überlegungsprozess, man sagt immer, ja, Architekt und Baumeister, das hat man schon quasi in der klassischen Definition, ja. Und, und die Kraft der Entscheidung der Gallenblase, und dann haben wir mit der Leber-G-Stagnation zu tun, mit einem Thema der Frustration, und, und, und meistens, wenn man ein bisschen mehr mit der Lebensgeschichte der Leute arbeitet, woher kommt der Frust? Was ist die Ursache? Ich bin mit irgendetwas nicht zufrieden. Mit was bin ich nicht zufrieden? Bin vielleicht mit meiner beruflichen Situation nicht zufrieden. Bin mit meiner partnerschaftlichen Situation nicht zufrieden. Bin mit meinem Lebenskonzept nicht zufrieden. Und, warum ändere ich es nicht? Und da, finde ich, kommt dann die Gallenblase für mich ins Spiel. Die Kraft der Entscheidungen. Tatkraft. die Tatkraft, und vor allem auch die Kraft, Entscheidungen zu treffen. Und, und aus meiner eigenen Lebensgeschichte weiß ich, war oft furchtbar frustriert. Das Beste, der kockt, wahrscheinlich marginal die Symptomatik gelindert, aber mit einer Entscheidung, mit einer ganz klaren Entscheidung, war plötzlich, war die ganze Leberenergie wieder frei. Und das, das probiere ich auch in Scherzo mehr durchzusetzen, weil wir da anders arbeiten, also wo die Meridiane mehr gleichwertige Funktionalität haben, also nicht alles an den Organen hängt, sondern Meridiane in Summe haben mehr oder weniger Equal- oder Gleichberechtigungsstellung. Und sage ich, okay, die Kraft der Entscheidung. Und da, glaube ich, schon auf das vorzukommen, auch wenn wir vorher darüber gesprochen haben, die Bilder des Homes vielleicht, der Seelenauftrag, die Träume, die Visionen im Leben. Ich finde, oder was ich bei meinen Klienten zumindest sehe, jeder hat doch irgendeinen Traum. Bei den manchen Leuten ist er vielleicht sehr verschüttet schon, aber irgendwo ist er noch da. Und mittlerweile sehe ich für mich den größten Hebel in der Kraft der Entscheidung. Das heißt, für mich ist therapeutisch die Gallenblase in meiner praktischen Arbeit viel spannender geworden, weil du hast vorher gesagt, das hat mir sehr gut gefallen. Das Entleeren des Homes ist eine endlose Angelegenheit. Das kann ich eh nie wirklich entleeren. Aber mit Frustration ist es ähnlich. Ich kann die eine Frustration beseitigen oder die eine G-Stagnation, wenn wir von denen sprechen, aber nach einem halben Jahr ist die nächste G-Stagnation und dann ist die übernächste G-Stagnation. In Scherze probieren wir mehr Unterstützung in Richtung der Entscheidungskompetenz oder die Entscheidungskompetenz den Leuten zurückzuleben, weil man nicht sage, ich habe einen Traum und ich entscheide mich dafür. Ich glaube, dann kommt das Leben für die G-Stagnation. Die Entscheidungskompetenz weniger der Menschen, die zu mir kommen, die meisten haben zum Glück genug Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können, weil sie wissen, was ihnen gut tut. Also sie wissen, sie können dorthin auf Urlaub fahren oder sie müssen diese Schallplatte hören oder sie müssen dieses Ding essen. Wenn ich frage, was tut ihnen gut und die wissen es nicht mehr, dann bin ich machtlos, dann kann ich mir auf den Kopf stellen, dann komme ich nicht mehr hin. Also der Schritt ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob das noch eine Hundeschichte ist, die Entscheidungskompetenz, aber wenn du dich gar nicht mehr entscheiden kannst, weil du nicht mehr spürst und weißt, wo du hin willst, da stehe ich echt an als TCMler, da stehe ich an komplett. Da habe ich dann nichts mehr zu melden. Scherz-mäßig? Boah, ich glaube, in jedem medizinischen System hast du Klientinnen, wo du sagst, da kann ich nicht, oder? Sind ich keinen Zugang? Weiß ich nicht, wie ich das knacken soll? Fällt das überhaupt in den Verantwortungsbereich meines Systems? Das ist dann natürlich auch eine Frage, die man sich stellen muss. Ich sage immer, ich glaube es nicht. Ich bin frech. Ich glaube Ihnen das nicht. Ich glaube es Ihnen nicht. Du warst unnichts, unnichts, zwei, drei Jahre her, ich hatte Panikattacken, kann nicht schlafen. Ich sage, was machen Sie den ganzen Tag? Ich sitze am Küchentisch und fürchte mich. Das ist Ihre Beschäftigung. Man nimmt Panikattacken und zittert. Sie sitzt vor mir. Wie bringst du sie da raus? Okay, das ist komplex. Ich glaube komplex. Und Psychopharmaka, klar, also volles Klärer. Ich denke mal, wirst du aus deiner Diagnostik vielleicht Schleim oder Schleimherzkanäle etc.? Das sind Sachen, glaube ich, die geklärt gehören, vielleicht vorher quasi therapeutisch geklärt gehören, damit überhaupt das Bewusstsein in einen Zustand kommt, wo es handlungsfähig ist. Aber so Extremfällen, das mache ich ja so und so nicht. Dann muss ich es zu Leuten schicken, die wirklich gut mit Kräutern sind. Aber so von der Diagnostik, was ich dann schon oft habe, ist eben, ja, entweder Schleim, 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 Schleimhitze, Schleimhitze in Bezug zu den Herzkanälen, schwere Schenstörungen. Ja, klar. Und ich glaube, in so einem Zustand kann ich aber auch nicht das Bewusstsein als Instanz integrieren, dass Entscheidungen trifft und Sachen wahrnimmt. da muss ich dann wirklich, oder er sagt, der Plan wäre für mich zu klären, oder Herzkanäle zu klären, Schen zu klären, oder? Ja. Und erst dann sind die Leute wieder handlungsfähig, aber wenn jemand sagt, ich weiß nicht, was mir gut tut, das sagen Leute relativ oft, ja, also wenn ich merke, der Schen ist noch ansprechbar, ja, das muss ich schon voraussetzen, ja, das habe ich mir nicht so klar festgelegt, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, weil es sind oft kleine Nuancen. Ich kriege das zum Glück seltener zu hören, aber dann finde ich es immer, also, eindrucksvoll. Ich glaube, dass uns für das... einen dramatischen Moment. Ja, schwierig, ich glaube, das ist eine große Geschichte, ich glaube, dass uns die therapeutischen Räume für so Zustände fehlen, man sagt, vielleicht wirklich gemeinsam, eine Klinik am Land oder ein tägliches Programm, wo ich wirklich sage, von der Früh bis zum Abend der Betreuung zu machen, ja, und dann zu beten, dass das auch wirklich funktioniert, vielleicht funktioniert es auch nicht, aber man weiß es nicht, aber gut, Gallenblasen, keine Gallenblasen-Gi-Stagnation, ja, schwierig, ja, ist schwierig, und ich glaube, deswegen haben wir in Österreich auch so eine hohe Rate an Leber-Gi-Stagnation, weil ich sage, die Gallenblasen-Energie ist bei uns furchtbar ausgeprägt, ja, wir haben überhaupt keine Gallenblasen-Energie, wer entscheidet, sicher nicht ich, ja, aber irgendwas muss passieren, heute, nee, lieber morgen, das heißt, unsere Gallen-Energie, glaube ich, ist sehr schwach ausgeprägt, deswegen haben wir so eine hohe Affinität zu Leber-Gi-Stagnation, deswegen trinken wir auch so gerne Alkohol, weil, laut meines Wissens, ist eine Rezeptur für Zerstreuung von Leber-Gi, ist das so, definitiv, und das ist ein bisschen der Formenkreis, wo wir uns bewegen und ich glaube, deswegen haben wir durchaus, kann man auch so sagen, Affinität nach Persönlichkeiten mit einer starken Gallenblase, die ziehen uns in Österreich ja fast magisch an, Leute mit hoher Entscheidungskompetenz, ich glaube, in keinem anderen Land hätte der Sendung wie der Kaiser funktionieren können, ja, die verkörperte Gallenblase, oder, ich mache das, was haben wir gehabt, Leber-Gi-Stagnation, Huhn haben wir gehabt, Gallenblase haben wir gehabt, ist mal was von deiner Seite, was machen wir jetzt? Genau, würde noch, also man kann den bitteren Geschmack noch durch überlegen, man kann die Leberwerte noch durchdiskutieren, man kann über den Zyklus noch diskutieren, weiblichen Zyklus, man könnte noch, es gibt noch genug Dinge theoretisch, Ich finde, bitteren Geschmack, das finde ich interessant, warum bitter? Als Frage, oder als? Genau, du hast den bitteren Geschmack, oder hast du den sauren gemeint? ich meine den, ich meine den, also, genau, Therapie, wir haben übrigens gerade im Mais in Rotenburg einen Kongress, TZM Kongress, und wir machen eine Diskussion über, warum, festliche Kräuter, wie wirken, und, und auch eine Podiumsdiskussion, eine geleitete, mit, mit Einbindung der, Menschen, die zuhören, weil, warum wirkt Löwenzahn oder Enzelnwurzel, und da hat ja wirklich jeder einen anderen Zugang, weil er verschiedene Erklärungsmuster hat, jetzt bitter, so, bitter ist in der chinesischen Physiotherapie, der therapeutische Geschmack, der feuchte Hitze ausleitet, und bitter wirklich auf chinesische Kräuter bezieht sich gar nicht auf das, was du wahrnimmst, wenn du Enzelnwurzel-Tee trinkst, sondern wirklich auf das, was, es bezieht sich auf die Wirkung, also, wenn du sagst, bitter, dann muss das Ding feuchte Hitze ausleiten, erstens, es muss feuchte Hitze ausleiten, und es muss von oben nach unten ausleiten, also von oben nach unten die Energieflussrichtung haben, teilweise deckt sich das natürlich mit bitteren Kräutern, aber nicht alle Kräuter, die als bitter beschrieben werden, schmecken auch bitter, aber bitter ist halt der therapeutische Geschmack, um gar nicht so das Leber-Chi zu bewegen, weil das fern, bräuchte es doch was Scharfes oder was Süßes zum Nähren, aber um das Gallen-Yang runterzuholen. Und bei den ganzen Folter-Hitze-Problematiken ist das natürlich sozusagen der therapeutische Zugang, insofern kann er häufig verwendet werden. Ich würde nicht zu viel geben bei der Leber-Chi-Stagnation, weil er schwächt, er leitet ja aus, man gibt dem am Vormittag, das ist ganz interessant, die bitteren Kräuter sind diuretisch, also hantreibend und wenn wir die am Vormittag geben, kann man tagsüber pinkeln und nicht nachts, davon abgesehen, dass es Organzeiten gibt, kann man sagen, die Holzzeit ist im Frühjahr und am Vormittag, da wirkt es auch besser, also so ein bisschen der bittere Geschmack und wir haben den Nachteil, es gibt kaum bittere Kräuter mit so Kulturen, Entschuldigung, bittere Nahrungsmittel zum Essen. Nicht mehr. Ja, wir hatten Chicorui, Endivian, Rucola, aus. Na, früher waren viele, also ich weiß es von den guten, also dass viele Nahrungsmittel früher wesentlich bitterer waren, wesentlich mehr Bitterstoffe gehabt haben, aber dass der bittere Geschmack eine Zeit lang sehr unerwünscht war, ja, also da hatte ich irgendwie, wie soll ich sagen, er wurde gezielt aus unserer Nahrungskette herausgezüchtet, durch Selektion, ja, also ganz alte, klassische Gurken, haben wir die Enten abschneiden müssen, weil die einfach so voller Bitterstoffe waren, dass wir es fast nicht essen haben können, das heißt, wir haben uns eigentlich entbittert und versüßt, ja, und jetzt finde ich ein relativ interessantes Phänomen, man erlebt so ein bisschen die Rückkehr des bitteren Geschmacks auf ganz vielen Ebenen, ja, zum Beispiel beim Bierbrauen, ja, jetzt gibt es diese ganzen bitteren Biere, die Pale Ales, bei der Schokolade geht der Trend immer mehr in eine Richtung bittere Schokolade, bei Kaffee, Kaffee, Megatrend, ja, auch bei den Tees, also ich merke, es kommt das Bittere ein bisschen in Retour, vielleicht, weil wir so viel feuchte Hitze-Thematik haben, gesellschaftlich, was glaubst du? Nein, nein, also, wahrscheinlich, ja, also, nur um diese Pointe zu sagen, unlängst hat eine Patientin gesagt, ich hätte bittere Kräuter aufgeschrieben, ich hätte ihr, weil es geholfen hat, bitter das Leben versüßt, weil die bisschen einfach weggegangen sind. Das ist großartig. Irgendwas wollte ich sagen. Die interessante Denke chinesisch noch phytotherapeutisch ist, dass Bitter natürlich jetzt feuchte Hitze ausleitet, von oben nach unten absenkt, dosisabhängig, aber auch in geringen Dosierungen, wenn es nicht ausleitet, stärkend auch wirkt. Also, wir haben im Mittelalter in den Texten wurde 1000 Gulden Kraut als Tonic verwendet. Also, wenn du geringe Mengen bitter nimmst, ist das wie so ein Katalysator, um Dinge in Fluss zu bringen. Also, auch das könnte ein Grund sein für unser Geschäft, wo wir ein bisschen bitter nehmen, um uns so irgendwie zu ... pushen. ein bisschen. Da hätte man gedacht, das ist sicherlich auch. Das kann nicht gut sehen. Aber wir sind doch eh schon so gepusht, oder? Wir sind genug gepusht. Wir sind genug gepusht. Wir haben ja gedacht, die Fülle, weil wir einfach in fast allen Lebensbereichen ein Übermaß haben. Ob uns die Wiederentdeckung des Bitterens nicht hilft, ein bisschen mehr in diesem Eliminierungsprozess reinzukommen. Rein physisch jetzt, oder? Verdauung. Ist doch das beste Mittel für Verstopfung ein bitterer Kaffee und eine Zigarette am Morgen, oder? Bitterer geht's nicht. Ich würde es gerade ohne dieses, das ist ein riesiges Thema und ein leidiges Thema und blablabla, aber all diese Handys und Computer und Schnickschnack, Elektroding, das ist alles jangig. Noch dazu, weil du ja, also, weil wir ja auch propagiert hatten, in die Stille zu gehen für die Leber, Rückzug. Heutzutage kommt kein Mensch mehr in die Stille, weil sobald uns langweilig wird, wo wir die Leber entspannen könnten, schaut jeder irgendwie ins Handy, also, und das Handy ist jangig, frisst nochmal dein Yin auf, also das Ding wird tendenziell, außer der Mensch hat irgendwie eine gegenenergetische Entwicklung, wird noch mehr Aufsteigen des Galen Yang haben, noch mehr Yin-Mangel, noch mehr Leber, die sich da ganz, mit diesen ganzen Methoden, die dich einfach in Wahrheit von der Stille wegbringen, die können der Leber nicht gut tun, weil all diese Dinge sind jangig. Absolut, also das unterschreibe ich sofort, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir jetzt so eine starke Empörungskultur haben, dass die Emotionen sehr leicht aufsteigen, bei den kleinsten Kleinigkeiten, das wäre eh schon so ein bisschen ein Leberfeuer-Aspekt, der da zum Ausdruck kommt, und eben diese Überstimulation, und deswegen hätte ich gemeint, ich mache es, es gibt viele Pathologien, oder, und ich denke mal, die Kräuterkunde ist da sehr ausgereift, die Akupunktur ist da sehr ausgereift, das ist höchst effektiv, aber mich interessiert vielmehr der zugrunde legende systematische Zustand, dass ich eben, man sagt, mehr Stille, was sind meine Träume, Entscheidungskraft, ich probiere sie umzusetzen, und das wäre für mich so wirklich das beste Präventionsprogramm in Richtung Holzstagnation, den Frühling freisetzen, und ich weiß, es ist schwierig, aber ich glaube, jede Person hat, in unserer Kultur haben wir doch genügend Freiraum, dass sich jede Person einen kleinen inneren Frühling basteln kann, selbst in den schwierigen Lebensumständen, und wenn ich auch Ideen züchte und mich dafür begeister, aber diese kleinen Träume, ich musste immer an meinen Vater denken, bei kurzem habe ich ihn besucht, jetzt fahre ich ihn dann eh auch gleich wieder besuchen, also im Keller und spiele mit der Modelleisenbahn, ich finde das total nett, 84 Jahre, das war so sein Kindheitshobby, sein Kindheitstraum, und er ist total glücklich, da merke ich, mit 84 Jahren sehe ich dann auch den Frühling in ihn, wenn er damit spielt, das ist eine tolle Sache, so Kleinigkeiten. Ja, jetzt fällt uns nichts mehr ein. Ich glaube, es war gut, oder? Gut genug für heute, wir haben viele Fortsetzungsthemen, wo wir anknüpfen können. Genau. Ich freue mich, wenn wir dranbleiben, sowieso, wenn wir uns sehen, danke für unser Gespräch. Ich sage auch danke. Schönen Frühling noch. Gehen wir so. Ich glaube, ich danke. Hyatellis Nuss Untertitelung des ZDF, 2020